Und schnell verkaufen. Und das Gold in die Öfe hauen, denn das sollte jetzt fertig sein. Ach halt. So. Mario kann weg. Ähm, halt, wie viel Holz brauchen wir? Wir brauchen, oh Gott, wie ging das jetzt? Ah, so ging das. Ähm, ja, nein. Wir brauchen 400 Holz. Und. 150 Steine. Können wir den Kube ausbauen? Halt, äh, 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 äh. So, Käse wegbringen. Und aufs Hottehüchen. Und da würde ich sagen, wir gehen oben rum. Erst schnell zu Robin und dann zu Clint. Meow. Weil Clint muss nicht unbedingt in seinem Laden sein für die Quest. Robin muss aber schon im Laden sein, sonst kriegen wir keinen Hühnerstall. Ähm, Construct Farm Buildings. Was? Oh, neue Gebäude. Eine Mühle. Also, damit können wir dann Mehl aus Getreide machen und Zucker aus Beete. Oh, das ist einfach ein leeres Hüttchen. Dass wir mit was auch immer wir wollen befüllen können. Wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute beschwert haben, dass der ganze Scheiß, den man an Deko kriegt. Oder den man an Deko auch haben kann. Dass der nicht alles in das Haus reinpasst. Das ist cool. Ja gut, Slime hat Spick Coop. Move. Oh, man kann jetzt Gebäude bewegen. Kann man jetzt Gebäude bewegen? Erstmal sagen wir Bild, aber kann man jetzt Gebäude bewegen? Move Building? Geht das jetzt? Das wäre ja cool. So, Coop. Wird ausgebaut. Achso, jetzt kann ich ja gar nicht mehr gucken, ob man Gebäude bewegen kann. Weil ich kann ihr ja nicht noch einen Auftrag geben. Egal. Offensichtlich kann man dann jetzt auch Gebäude bewegen. Das ist ja cool. So. Davon habe ich nichts gelesen. Ich wusste nur, dass man Gebäude jetzt mittlerweile auch auf Gras bauen kann. Ja. Quarz. Pay a flat rate on delivery. Für 75 nur... Vergiss es. Vergiss es. Abgesehen davon, dass ich gar keinen Quarz mehr habe. Nur den Refind. Ist ja schon alles eingeschmelzt. Eingeschmülzt. So, muss ich das jetzt... Ja. Hey. Es ist der Eisenbarren, nach dem ich gefragt habe. Er sieht stark aus. Perfekt. Danke, Mel. Ich... Ich... Ich appreciate das. Ich mag das. Das ist toll. Keine Ahnung. Ich habe offensichtlich doch nicht mehr meinen Eisenbarren. Aber 500 Gold. Wir haben das Kind umgeritten. Finde ich gut. So gehört sich das. Wenn das Kind keinen Platz macht, wird es umgeritten. Und unser Pferd macht schon wieder keine Geräusche beim Laufen und läuft ganz komisch. Zack. Und da ist wieder die einsame Koralle, die immer wieder kommt. Die wächst da immer wieder nach. Okay, Mülltonne wühlen geht gerade nicht. Ich überlege übrigens gerade... Ich werde ja erstmal doch vielleicht auf einer komplett neuen Farm gucken müssen. Wenn man da die Änderungen eher sieht. Gerade weil mich das halt verwirrt mit dieser... Dass es halt verschiedene Karten oder verschiedene Farmen gibt oder so. Da muss ich ja dann auch erstmal schauen. Und dann wäre es ja eigentlich eine Überlegung wert... Ob man dann nicht doch eine komplett neue Karte anfängt. Und dann aber das Pferd in den Weg stellt. Ob ich dann das erste Jahr sozusagen nur für mich spiele. Und dann erst anfange aufzunehmen, wenn das zweite Jahr dran ist. Oder ob ich das dann im... Wenn ich irgendwo Snowyams... Ob ich das dann im Zeitraffer mache. Da hatten wir Snowyams. Sodass ich das dann ein bisschen zusammenschneide, komprimiert. Müssen wir mal schauen. Ich weiß es doch auch nicht. Es ist 12.40 Uhr und ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir gehen wieder Holzfarmen. Uh, wir gehen hier erstmal ernten. Ist natürlich auch eine Idee. Weg und weg. Zack. So, jetzt steht das Pferd nicht im Weg. Nein, das ist die falsche Kiste. Hier kommt es rein. Jetzt aber. Holzfarmen. Harte Wut. Uh, was zum Buddeln. Ach ja, unser Meteor ist ja auch noch da. Hm. Wie viel Goldbarren habe ich denn? Ah, ich habe aber nicht genug Geld. Verdammt. Ich hatte genug Goldbarren wahrscheinlich für eine Goldhacke. Aber nicht genug Geld. Verdammte Axt. So, du bleibst da. Passt auf, dass keiner reinkommt. Ich passe auf, dass keiner rauskommt. Hallo. 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 Da ist keiner, aber da ist einer. Huch, so grälig durchsichtiger. Das ist ja interessant. Das ist interessant. Die sind neu von der Farbe her. Zumindest für mich. Ich brauche so dringend ein besseres Schwert. Ein besseres Schwert wäre nicht verkehrt. So. Und wieder zurück auf die Farbe. Und da ist das Gold durch. Das ist aber noch eins. Ach. Scheiß drauf. Und wie wir genug Goldbarren haben, aber halt kein Geld. Ah, warte mal. Ich mach nochmal Spaßes halber. Ich will mal wissen, was so ein Goldbarren wert ist. Oder haben wir schon mal einen verkauft? Keine Ahnung. Jetzt ist es eh zu spät. Jetzt liegt er drin. Jetzt bleibt er da. Haben wir die schon gestreichelt? Ja. Was machen wir denn jetzt noch? Jemand eine Idee? Vielleicht was kochen? Schokokuchen. Und da kommt nicht mal Schokolade rein. Was ist denn das für ein Fake-Schokokuchen? Was ist das da denn? Taco? Fisch-Taco? Maki-Rolle und Sashimi. Sushi. Sushi klingt gut. 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 Blätter. Meiner Street. Dish O' The Sea. Survival Burger. Farmers Lunch. Die Schokken-Dip. Die Schokken-Dip. Plump-Pudding. Und Krautsalat. Hm. 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 Ich weiß, das ist unnötig. Aber wir stellen mal Mika zurück in den Stall. Und holen wir noch schnell die Milch und den Quark, wollte ich jetzt schon sagen. Es ist ja Mayo. So. Und so. Können wir die Mayo noch verkaufen? Ah, den Käse auch. Ich glaube, für Gold-Upgrade brauche ich 10.000. Ja, ich glaube, für das Gold-Upgrade, plups, brauche ich 10.000. Hm. So, wir gehen auf jeden Fall mal schlafen. Hm. Und der Wein ist gut. Na toll. Hätte der nicht gestern Abend noch gut sein können? Und so. Warte mal, da muss ich jetzt erstmal kurz gucken. Gemeindehaus. Ach ja, guck mal. Hier bräuchte ich ja noch... Na, Enteneier könnten wir bald haben. Hier bräuchte ich auch noch Sachen. Ah, aber die kann ich auch erst frühestens im Frühling ernten. Ja, und da sowieso. Bulletin-Bord. Genau da wollte ich rein. Entenfeder haben wir dann auch bald, hoffentlich. Was fehlt hier noch? Der Trüffel. Hier fehlen die drei Äpfel. Da wollte ich reingucken. Wein haben wir schon. Kann ich mir verkaufen. Mehr wollte ich doch gar nicht wissen. Und wir haben schon wieder einen Brief. Okay. Oh Gott, auch noch so viel. Liebe Mel. Ich würde dir gerne einige Informationen über ein bevorstehendes Event geben. Das Festessen des Winterstars. Also Wintersterns. Ich glaube, Feast ist tatsächlich das Festessen. Das ist nicht einfach nur ein Fest, sondern ein Festessen. Es ist die Zeit der Kommune, wo man zusammenkommt und zurückdenkt an all die guten Dinge, die wir dieses Jahr hatten. Eine große Tradition ist, ja, der Juhl-Club. Kennt man vielleicht, ne? Man kriegt irgendeinen Namen zugeschustert und muss demjenigen ein Geschenk kaufen. Oder basteln oder wie auch immer. Steht da ja auch, wo jeder in der Stadt, äh, ganz random jemand anderem zugewiesen wird. Am Tag des Festivals bringt dann jeder das Geschenk für seinen geheimen Freund mit und überrascht ihn mit etwas Speziellem. Dieses Jahr ist dein geheimer Freund... Trommelwirbel! Keine Ahnung, ob man das gehört hat. Habe! Hey, wir schenken ihm neue Augen! Sag's niemandem! Das Festessen wird am 25. zwischen 10 Uhr morgens und 2 Uhr nachmittags im... ...Dings da, ne? Im... Oh, Town Square. Am Marktplatz? Stadtmitte. Stattfinden. Wir sehen uns dann, Bürgermeister Louis. Habe, 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 Habe... Oh, Habe ist so schwierig. Habe ist schwierig. Was kann ich denn Habe schenken? Der ist auf jeden Scheiß allergisch und so. Habe, oh... Jetzt müsste ich einfach mal heimlich hochgehen. Aber das würde auffallen, weil ich bestimmt das Schneiden vergeige. Dann könnte ich gucken. Mein Freund hat oben Listen zu liegen zu dem Spiel. Wer was mag. Und wer was nicht mag. Und was alle mögen. Und so. Habe. Ich überlege gerade, was man Habe schenken könnte. Na, wo gehst du denn hin? Was könnte... Ach ja. Habe ich gerade kurzzeitig erschrocken und gewundert. Aber sie klopst ja unseren Stall größer. Goldsternchen-Eier. Aha. Wird ja immer interessanter hier. Und gerade fällt mir ein. Wir hatten schon mal Goldsternchen-Eier. Aha. Ich werde ja immer blöder. So. Einmal da. Nein. Einmal da. Ja. Ja. Was schenken wir Harvey? Noch ist ja ein bisschen Zeit bis zum 25. Sollte ich jetzt machen. Wollte bestimmt unter anderem den Wein mitnehmen. Weil ich genau weiß, dass ich trotzdem nicht genug Geld zusammenkriege. Aber was soll's. Hm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das schlimm ist, wenn wir ihm etwas schenken, das er nicht mag. Aber ich weiß ja nicht mal, was er mag. Ja. Reicht immer noch nicht. Oh. Den... Ach, den brauchen wir auch noch. Den besseren Rucksack. Und der kostet auch wieder 10.000. Und was zur Hölle schenke ich Harvey? Da. Die kaputte Brille. Die kann er bestimmt gebrauchen. Hm. Ich hätte das ja doch schon lieber jetzt schon abgehakt. Mit dem Geschenk. Upgrade Tools. Ja, 10.000. Scheiße. Wir haben ja einen Diamanten. Kann mir mal einer in die Vergangenheit sagen, ob Harvey Diamanten mag? Oder so eine Muschel? So eine Muschel wäre doch eigentlich was Schönes, oder? Ich meine... Ich habe noch nie gehört, dass jemand gegen Muschelschalen allergisch ist. Das wäre ja dann eine Kalkallergie? Oder irgendwie sowas in der Art? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir schenken ihm eine Muschel. Ich denke mal, das ist okay. Ich weiß nicht, als ich Stadio Valley das erste Mal gespielt habe... Da wurde mir Jess als... Also, ich habe dann von Jess, da kommt sie auch gerade, geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und es war ein Klumpen Lehm. Also, ich habe dann... Ich habe die Auszeit deception gemacht.